Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gothic 3. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir waren hier letzte Folge bei... wie hieß der Typ? Radcar stehen geblieben. Und der will mit uns zu dem Ahndgrab gehen. Was machst du mit dem Dieb? Dazu müsste ich ihn erstmal in die Finger kriegen. Aber er ist nicht wichtig. Der Stein ist wichtig. Aber war jetzt ganz cool eigentlich. Ich bin gerade aufgestanden. Wie gesagt, ich habe Urlaub ja und... Lol, er geht direkt los. Ich habe ja Urlaub und... ja, aufgestanden. Kurzzähne geputzt. Direkt am Rechner Folge aufnehmen. So, hier unten ist schon Erz. Da sind Ripper. Hier ist ja noch einer. Wo kommt der auf einmal her? Um dich ist es nicht schade. Um dich ist es nicht schade. Ja, aber das... ich muss das Tatsache so machen, weil... Weil ich gleich einen Termin habe, so ungefähr. Und ich brauche noch eine Folge quasi. Ihr guckt das ja heute auf dem Freitag. Heute ist auch Freitag, nur halt eben eine Woche vorher. Und ich brauche diese eine Folge noch. Die Biester geben einfach keine Ruhe. Über super schön. Lass ich dir. Ein schwarz Akkupe. Da sind noch mehr von den biestern. Das ist noch ein Problem. Armselige Kreature. Rennerbar. Wmale? Hier ist ja einiges los. Was ist das denn, Alter? Oh shit. Das wird nix. LOL. Was, wo kommt das auf einmal her? Krass. Einfach mal irgendwelche komischen Nashörner hier, die... Die Viecher sind aber stark hier. Ei, ei, ei. Da ist nix mit... Ich werde niemand vermissen. Da ist nix mit... Mit One-Hit-One da hier. Hammerclan. Rolfsclan. Wofür führt denn der uns hin, Mann? Gibt's ja irgendwo ein Troll. Da oben steht ein Haus. Leck wie verrückt. Ah, das sind wohl wie sonst, okay. Da ist ein Säbel-Zahntiger. Den nehmen wir uns mal. Den gucken wir uns mal an. Zwei. Zwei. Ja, das ist selbe wie ein Dings. Sehr schön. Notmar ist eigentlich schon cool. Ich finde diese Atmosphäre cool. Ist das etwa Xardas-Turm da hinten? Du willst es nicht, ne? Das da? Das da könnte gut sein. Das ist er auch. Da hinten ist Xardas-Turm, Freunde. Seht ihr das? Da unten an dieser Silhouette sind so links und rechts so Spitzen nach oben weg. Das ist Xardas-Turm da hinten. So, was ist hier Phase eigentlich? Ich dachte mir, ich helfe dir mal, ne? Ich werde niemand vermissen. Ah, wir sind da. Hier ist das Grab. Aber dort werde ich kein Fuß reinsetzen. Oberhalb der Höhle gibt es eine Hütte. Dort werde ich erstmal bleiben. Heda ist ein guter Freund von mir. Wer liegt in dem Grab? Einer. Ein großer Krieger meines Clans. Orks überfielen ihn aus dem Hinterhalt. Er hatte keine Chance. Aber bevor er starb, nahm er 30 von den Bastarden mit in den Tod. Wann war dieser Ork-Überfall? Das ist lange her. Aber Einars-Taten werden bis zum heutigen Tag an den Lagerfeuern meines Clans gepriesen. So, so. Gibt es in Einars Grab Schätze? Es gibt Geschichten, aber niemand weiß, ob sie wahr sind. Was für Geschichten? Einige von uns glauben, dass sein Helm mit ihm beerdigt wurde. Hört sich gut an. Ich weiß noch nicht mal, ob der Helm wirklich magisch ist. Keiner weiß es. So, so. Wenn du es rausfinden willst, musst du wohl selbst nachsehen. Ja. Du bist wahrscheinlich da hinten. Das ist Xardas Turm. Da wollen wir hin. Oh Mann. Die haben wir ja mal abspeichern können vorher, ne? So, hoffe ich währenddessen abgespeichert. Oh, wow, 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 wow. Aber hier. Gefährlich nahe. Okay. Das war auf jeden Fall einfacher als beim letzten Mal, das weiß ich noch. Beim letzten Mal war das nämlich eine übelste Qual hier, sich hier durchzuschlagen. Weiß nicht, ob ich hier diese rostigen Schwerter mitnehmen soll. Hallo? Da hinten geht es noch weiter. Oh, ich lasse es mir. Ach du Scheiße. Lol, hier ist Eis. Das ist ja cool. Hier sägt einer. Oh, komm her, Junge. Ich habe ihn für ein Skelett eine Feuer genommen. Oh, das wird knapp. Sehr schön. Das lief doch gut. Da, 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 da. Na ja, Flammenwelle geht schon, also das geht schon, huch, das geht schon gut rein. Das muss man aber ganz ehrlich so sagen. Nimmst du jetzt diesen scheiß Schild mit? Alter, noch mehr, Mann. Das sind ja noch mehr, wie ich gedacht habe. Ach du Scheiße. Das sind ja noch mehr, wie ich gedacht habe. Da ist ja einer. Der hält aber einiges aus. Ja, der hält einiges aus. Ruhlenschild, Leitschwert Habt ihr denn immer noch nicht genug Was? Tschüss Sehr schön Dann haben wir das ja geschafft Hier gibt es überhaupt keine Wurzeln und nichts, ne? Lalalala Gibt es nichts, hier gibt es Keine Kräuter Ein Ruhlensockel Bank der Ausdauer Naja, wenigstens was Na dann mach mal Ja Hallo Haben wir den Arnstein nicht mehr? Geh nochmal raus Wolfsreißer Cool Aber ich hatte doch den Arnstein Hat er mir noch mitgegeben Was ist denn das Scheißding? Hab ich das Teil jetzt schon da reingesteckt oder nicht? Oder wie? Oder was? Man ist ja hin und hat sich dann einmal dort gebückt Ja Das ist hier Goos Lee Ja So, oberhalb dieser Höhle gibt es eine Hütte Hat er gesagt Da gehen wir nochmal hin Volpi sonst Da ist die Hütte Ich habe Einer's Helm Du hast Mut Das muss man dir lassen Wenn du es geschafft hast Den Helm zu besorgen Hast du auch das Recht Ihn zu tragen Trage ihn mit Stolz Stör mich nicht Alter, ich Hä? Ich sehe aber auch diesen einen Arnstein nicht mehr Der war hier drin Das ist ein Scavenger-Eier Wenn man die braucht Und zum Kochen oder so Trank der Ausdauer Oh, den habe ich dort gefunden Trank der Jagd Coole Sache Liebe Feuerkirche haben wir Reicht das? Ist das korrekt? Einen finden wir noch am Pass Das sind acht Einen hat Müllten Sind neun Und dann hört es auch schon auf, ne? Warum bist du gekommen? Das weiß ich auch nicht Ich nehme keine Lehrlinge mehr Und ich habe meinen Clan verlassen Warum lebst du hier? An meinen Händen klebt Blut Ich war besessen davon Meine Waffen zu schmieden Wie es sie noch nie gegeben hat Nur deshalb mussten meine beiden Schüler sterben Ich verfluche den Tag An dem ich sie auf die Suche schickte Was für eine Waffe wolltest du schmieden? Ein Schwert Wie man es nur einmal in seinem Leben schmiedet Ein Schwert Das von Generation zu Generation Dem größten Krieger des Clans Weiter vererbt wird Eine Waffe aus reinem Erz Kannst du mir zeigen Wie ich so ein Schwert schmieden kann? Nein Es sollen nicht noch mehr Männer sterben Wenn du lernen willst Geh zum Hammerclan Irgendwann der Erzschmelze des Clans Kann dir zeigen Wie man Waffen aus reinem Erz baut Was sollten deine Schüler suchen? Die Zutaten Die ich brauchte Um meinen Traum zu erfüllen Ich schickte sie hinaus Obwohl ich wusste Dass die Suche gefährlich ist Die bezahlten es mit ihrem Leben Ich hätte selbst gehen sollen Kann ich mit dir handeln Warum sollte ich mit dir handeln? Gold? Was soll ich hier draußen mit Gold? Es wärmt nicht Und es macht nichts satt Was willst du damit du mit mir handelst? Ich brauche neue Fälle Die Nächte hier draußen sind kalt Oh so Verstehe Wie viele? 20 Eiswollfälle Die sind schön warm Und Erz Ich brauch Erz Jetzt reicht's aber Nein Zehn Brocken Erz Brauche ich auch noch Das reicht dann Ich überleg's mir Warum sollte ich mit dir handeln? Ich habe Erzrohlinge Oh Sind ziemlich selten Na ja gut Können wir uns ja nochmal überlegen Ob wir mit dem Typen hier handeln wollen Oder nicht Schauen wir uns erstmal in seiner Hütte um Das ist eine schwere Truhe Ordensschwert Uiuiui Also langsam wird der Loot in den schweren Truhen echt besser Ja gut Zum Wolfsklan müssten wir jetzt noch eigentlich Ne Das wäre glaube ich so der nächste Anlaufpunkt Das hat der Hirsch aber schweigen gehabt Das Ding hier in Nordmar Das Problem in Nordmar ist immer die Navigation Daran kann ich mich noch ganz gut erinnern Das war immer das Problem in Nordmar was man hatte Die Navigation man Das ist nicht wirklich leicht Bleiben sie jetzt stehen Sehr schön Es ist nicht wirklich leicht hier Hier geht's zum Hammerclan Da wollen wir aber nicht hin Wir wollen nämlich erst zum Wolfsklan gehen Was ist denn hier die Brücke jetzt Achso hier Das ist ein Eiskohle Hammerclan das wissen wir ja noch schon Wolfsklan genau Genau hier wollen wir hin Also hier dieses Dichtige Büsch hier Das ist Black Dieses Dichtige Büsch hier ist aber auch nix Das ist ein Ripper Ich habe keine Ahnung wo ich hin muss Ich gehe einfach mal hier hoch Geht's hier weiter Hier stehen ja Orks rum Jo gut Dann machen wir jetzt die Orks noch fertig Und tschüss Hier haben nicht damit gerechnet In keiner Weise Doch Wir haben in keiner Weise damit gerechnet hier Sehr sehr schön Ich glaube ich muss über die Brücke hier Ja da unten ist ne Da unten ist in der Tat Jawoll Hier sind wir richtig Hier müssen wir hin Sehr schön Den richtigen Weg gefunden Gut das sind einige Wölfe noch Aber sehr schön Eine Eiswelle Und den Rest dann mit den Feuerbällen abfahren Das geht schon Muss ich hier lang Ja ich muss hier lang Gut Freunde Dann machen wir hier einen Cut Für diese Woche Ich wünsche euch Ein schönes Wochenende Wir sehen uns dann nächste Woche wieder Bleibt gesund Habt schön Spaß am Wochenende Viel Spaß Macht's gut Tschüss Euer Himmel Tschüss Das tut dit M ÁHD Untertitelung des ZDF, 2020